6. Januar, abends Und die Hand des Herrn war über mir des Abends, ehe der Entronnene kam, und tat mir meinen Mund auf, bis er zu mir kam des Morgens, und tat mir meinen Mund auf, also, dass ich nicht mehr schweigen musste. Ezekiel, Kapitel 33, Vers 22 Der Herr kann seine Hand über uns halten zum Gericht. Und dann gehört es sich, über die Ursache unserer Strafe nachzudenken, auf das Schlagen der Rute zu achten, und auf den, der sie gebraucht. Ich bin nicht der Einzige, der in Zeiten der Dunkelheit solche Züchtigung erfährt. Lasst uns demütig solches annehmen und darauf ausgerichtet sein, was wir im Leben daraus lernen können. Aber des Herrn Hand kann auch noch in anderer Weise empfunden werden. Er kann unsere Seele stärken und unseren Geist emporheben, zu dem, was ewig und unvergänglich ist. Das möchte ich erfahren, dass der Herr so mit mir umgeht. Das ist dann ein Gefühl, dass Gottes Gnade mir gegenwärtig ist. Sein Geist in mir wohnt, und mich wie auf Adlersfittichen zum Himmel empor trägt. In solchen Zeiten sind du bis zum Rand mit geistlicher Freude erfüllt und vergessen alle irdischen Sorgen. Dient also dem Leib, dem Herrn, so wirst du am Fuße des Sorgenberges ausharren und deinen Geist in der Anbetung zum Gipfel richten. Dann bist du in der Gegenwart des Herrn. Ich sehne mich nach solcher Gemeinschaft mit Gott heute Abend. Der Herr weiß, wie sehr ich sie brauche. Die mir verliehenen Gnadengaben liegen brach. Mein Versagen stürmt auf mich ein. Mein Glaube ist schwach, meine Andacht kalt. Das ist Grund genug, dass mir der Herr seine heilende Hand auflegen möchte. Seine Hand vermag, die Hitze meiner brennenden Stirn zu kühlen und die Aufregung meines pochenden Herzens zu beruhigen. Seine herrliche Rechte, die das Wort geschaffen hat, kann auch meinen Geist erneuern. Die unermüdliche Hand, die die Erde trägt, ist stark genug, auch meinen Geist zu tragen. Die liebende Hand, die alle Heiligen umfasst, umfasst auch mich. Die gewaltige Hand, die den Feind zerschmettert, kann auch meine Sünden überwinden. Warum sollte nicht auch ich diese Hand heute Abend spüren? Lass uns zu Gott flehen, mit der großen Bitte, glauben zu können, dass die Hände Jesu um unserer Versöhnung willen durchbohrt worden sind. Bitten wir Gott, diese Hände fühlen zu können, die den Propheten Daniel anrührten und ihn aufrichteten, wodurch er das Gesicht Gottes ertragen konnte. Nach Daniel, Kapitel 8, Vers 17 folgende. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!